Hallo meine lieben Leute, ich grüße euch zurück zu Staxel, eure Casuel und Mr. Silvius. Hey ho! Hallo. Wie sieht das dumm aus? Ja. Voll. Wie will die Biene aus? Ich hab die schon voll gebungen gehabt? Glaub ich nicht. 1 von 10, 0 von 10. Du kannst auch Eike Biene fangen und rein schnupfen in die Dinge. Aber erstmal finden. Die findest du leicht die Brummen von 1000 Meter ab. Ja, aber gesetzt habe ich noch keine gefunden sonst. Ist wie der Kater, das hörst du. Ja, soll ich jetzt suchen oder was? Ja, soll ich jetzt suchen oder was? Wachstum, prächtig, prächtiges Wachstum. Der Pio Pau Schnufi. Ist er überhaupt schon bewässert? Ja, er ist schon bewässert. Hm. Eine kleine Hummelbiene. Arbeiterbiene! Joa! Ich schwing mal nebenbei die Aktion. Hm. Kommt, meine Bienen, kommt. Kommt zur Mutti. Sieh. Und jetzt chor, lange. Sehr gut. Kannst werden sie vielleicht vielleicht nicht verstecken. nicht so einfach zu finden legt er da oben den boden oder was mit dem typen keine ahnung ich habe eine alte hütte gefunden eine alte verlassene hütte kaputt ist etwas hammer brauche ich da könnte man sich doch die fenster mitnehmen das fenster ist kaputt das auch nicht ganz das fenster stuhl kiste wenn man hammer ist kaputt oder ein paar mal geht nicht kaputt wo sie dann hin ich habe nicht weggeschmissen vielleicht sind die kiste eingefallen was ist er denn jetzt ach so ist das aha ich würde gerne das ding abbauen hinterlegt ist das denn hier ja nimm die mal nicht auseinander vielleicht brauchst du die noch für irgendwas was denn nicht auseinander nehmen oder was hier ist doch kein schwein das ist nicht der einzige aus ja ich habe die kiste zum was ablagern habe ich abgebaut deine das ist echt cool kannst du dein werkzeug rein machen was ist das denn hier oben ziegel das doch könnte doch prinzipiell könnte man daraus unser dach reparieren was ist das denn aber normales holz oder was ja normales holz was denn der blagerfeuer da habe ich gerade hast du eins gefunden jaja ok es ist die lauerkisten ja das reicht mir schon und du musst das ziegel auch noch mitnehmen schau da habe ich jetzt nur aber was hat die hütte hier drüben hat die ganze fenster ist alleine auch kaputte oh hier ist ein bett wir haben ein bett nachttisch kommode nehme ich gerne mit den stuhl hier und die kerze alles mitnimmt man was denn alles gratis am lagerfeuer damit ist hier alles gut das ziegel dach wenn mich noch ansprechen wir müssen ja noch unser dach ein bisschen fixen jup derjenige wo hier wohnt ist glaube ich doch nicht so begeistert ich glaube nicht dass noch jemand hier wohnt da wohnt gar nicht mehr aber wenn die fenster auch noch richtig durch sind ich will den nachbarn wieder mal ein bisschen beklauen was oh nice hm hm höchst grandfather die gemütliche deren dass wir Pawlok at fahren dort dich wieder zu sehen hey wie geht es dir beschissen oder wir haben schon wieder so ich komme zurück die form von uns ist ach ja dort hinten ja ich bin schon unterwegs ich hoffe nicht dass mein charakter jetzt einpennt ich denke ich stau Loll, das sollte nicht hier oben sein, what the fuck. Was denn? Was denn? Du heim? Du heim? Hä? Guck mal, was ich gestellt habe, wenn du daheim bist. Ja, wo bist du denn? Drinne. Die Laterne? Nein. Ich bin in den Kühn oder was? Nein, wenn du drin bist in der Hütte. Ach, innen drin. Ich muss kurz eben der Kuh füllen. Ach, das Feuer. Oder was? Ja. Naja. Ich bin schon mal im Bett. Oh, ja. Läuft. So, ich versuche mal das Hausdach ein bisschen zu fixen. So. 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 Also so kommt man nicht rüber. Jetzt muss ich da was hochbauen. Muss ich da was hochbauen. Muss ich da was hochbauen. Eben. So. Oh, ja. So. So, ich warte mal im Bett. So. 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 So, so. So. wer die verkäufer die drecke ja wer ist da schon nicht geizig warten die kaputte stelle gewesen am haus einmal vorne auf jeden fall zum dach mal nicht acht da unten ganz oben rum spazieren hochstation brauchen wir eine kopstation so repariert da auch ich bin mal eine kopstation mit kaufen ja habe ich schon ich habe verstanden ich muss damit bringen ich bringe mit problemen oder alle kochstationen wenn ich anfangen zu kochen und die sockenbügel nicht vergessen die noch mal nur noch ganze fenster hast du fenster neu eingebaut ja die asiatischen wo hast ihr laden zu kaufen das sind die nicht überall drin naja gucken wir uns mal die kochstationen und jetzt wie kocht man jetzt hier das ist eine frage du kannst mit diesem gegenstand nichts anfangen ja ich kann aber nicht aufheben doch die holzbrett was wollte ich jetzt geistig oder irgendwas machen ich will ach schatze warte mal da ändern wir was nein falsch oh nein so warte mal gibt es rezepte zu kochen kann sein ja du kannst salat zubereiten rat matengurten kohl salat schneiden maten kohl schneiden ok danach kannst du es putzeln ok wieso brennt jetzt die kerze nicht was ich aufgestellt habe das riecht schon nicht du kannst mutter o Was heißt das, die Rennen haben, die Preise zu verkaufen? So bennt diese scheiß Kerzen nicht? Soll ich dir nicht sagen, warum? Auf dem Nachttisch bennt sie nicht. Nur auf der Holzkiste, oder was? Was ist das für ein Verarscher? Dann stellen wir die Holzkistel auf, obwohl dann auch das besser aussieht. Was denn? Ach, die Sachen verkaufen und den ganzen Schrott, den ich im Inventar rumfliegen habe. Was ist das für ein Verarscher? Oh! Was ist das für ein Verarscher? Was ist das für ein Verarscher? Das ist so schön. ein bisschen das haus reparieren und die hühner kiste kostet der arsch viel mutter fach ja ja richtig money sehen der wunde sehr schön sieht schon besser aus das hier muss man weg ich glaube ich werde noch eine tür holen hast du jetzt echten zeit gekauft ich glaube ist doch gut oder aber deine frau kaufst du kein kleid credit card ist durch die brennt schon ich hatte ich muss halt noch warten bis heute so hier kann ich für drei kleider kaufen ja gut ihr seht mein zweifel nicht so gut mit mir er kauft sich ein kleidchen und mir nicht egal ich wünsche euch den fall eine schöne zeit einen schönen abend oder einen schönen nachmittag wie auch immer hat viel spaß und macht's gut eure kassel wünscht euch alles gute bis zum nächsten mal und lasst mir ein like und ein abo noch da bye bye